Wusstest du das schon? Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Jede gefundene falsche Antwort zehn Punkte. Was ist die Hauptstadt von Spanien? Welche Sprache wird in Spanien neben Spanisch noch gesprochen? Welches ist das bekannteste Fest in Spanien? Welcher berühmte Architekt hat die Sagrada Familia in Barcelona entworfen? Welche spanische Speise ist weltweit bekannt und besteht aus Reis, Gemüse und Fleisch? Wie nennt man einen traditionellen spanischen Tanz? Welches ist der größte Fluss in Spanien? Wie heißt der Nationalfeiertag von Spanien? Welche ist die bekannteste Fußballmannschaft in Spanien? Welcher spanische Künstler ist für seine surrealistischen Gemälde bekannt? Welches ist die höchste Gebirgskette in Spanien? Wie heißt die berühmte Stierkampfarena in Madrid? Welche spanische Stadt ist berühmt für ihre jährliche Tomatenschlacht? Welches ist die größte Insel vor der Küste Spaniens? In welcher Region Spaniens wird der größte Wein produziert? Wie heißt die berühmte königliche Residenz nahe Madrid? Welche ist die älteste Stadt in Spanien? Welches ist das berühmteste Fest auf den Kanarischen Inseln? Welche ist die größte autonome Region Spaniens? In welcher Region Spaniens findet das Sanfomen Festival mit den berühmten Stierläufen statt? Wie heißt die berühmte Kathedrale in Barcelona, die noch immer im Bau ist? Welches ist der meistverkaufte spanische Wein weltweit? In welcher Region Spaniens liegt die berühmte Oper Valencia? Wer ist der bekannteste spanische Fußballspieler aller Zeiten? Wie heißt der beliebteste Strand in Barcelona?